Willkommen zurück zu Let's Play The Witcher im letzten Part. Weiß ich nicht, irgendwas, was war. Ach ja, genau, wir haben den Punkt von Salamandra gefunden. Und wir haben noch zwei Meteoritenteile gefunden. Und wenn ich's richtig verstanden hab, brauch ich drei Meteoritenteile, um ein neues Schwert zu machen. Um ein neues Silberschwert. Das heißt, ich brauch jetzt noch 600 Gold, glaub ich. Wie sieht's nicht mit den Verträgen aus? Eichespor, Echinops... Ach ja, richtig, Garwey auf dem Friedhof. Ach ja, der Hundetalk. Und Wyvern, aber Wyvern hab ich bisher nur auf dem Druidenheim gefunden. Ich schlachte auch nicht random die Viecher auf dem Druidenheim ab. Hein, Hein, whatever. Äh, da lang. Das ist wo? Achso, im Handelsviertel, okay. Wieso bin ich hier unten gewesen? Whatever. Einfach, äh, zu Kalksteinen und dann ab in den Teleporter. Ich frage auch, wenn Metall noch irgendwas kommt. Wahrscheinlich halt dann, wenn wir irgendwann diesen Hauptmann da auffliegen lassen, dass der die ganzen, äh, Erlasse fälscht. So, Triss ist ja immer noch professionell angepisst, das heißt, wir reden mal besser nicht mit ihr. Nicht, dass er sich noch auf regulär angepisst wechselt. Sondern wir gehen einfach. So, jetzt bin ich mal gespannt, wo die das, wo die das gelokalisiert hat. Die Rüstung wollte ich kaufen. Weswegen war ich im Unterbezirk? Warte, ist das nicht im Rathaus? Da am Eck? Hier rum und dann... Warte, Moment. Stimmt das hier noch? Äh... Ist es hier? Nein, ist nicht hier. Hier? Radovid, ja. Radovid der Strenge. Hi. Seid gegrüßt, Hexer. Seid gegrüßt, Radovid. Diesmal ist kein magischer Spiegel zwischen uns. Wie schön, dass ihr meine kleine Zuflucht gefunden habt. Mit Triss Merigolds Hilfe, habe ich recht? Ihr kennt Triss? Nicht persönlich, aber ich kenne Philippe Eilhart. Und damit kennt man alle Zauberinnen. Ich wollte mit euch sprechen, Hexer. Witzbold. Wer seid ihr? Und damit meine ich nicht euren Namen. Gute Frage. Leider gibt es darauf keine leichte Antwort. Ich bin an Redaniens königlichem Hofe aufgewachsen. Mein Vater wurde während des Krieges mit Nilfgaard ermordet. Seit ich mich nicht mehr für Spielzeug interessiere, versuche ich, mein Erbe zurückzuerlangen, die Mörder meines Vaters zu finden und Ordnung in mein Land zu bringen. Leider bin ich von korrupten Verrätern, allzu ehrgeizigen Zauberinnen und frustrierten Kaplänen des ewigen Feuers umgeben. Soweit ich das beurteilen kann, ist die Oberschicht Temeriens genauso. Nichts lockt Hurens Söhne so sehr an wie Macht. Ihr wolltet etwas. Kennt ihr die jüngsten seltsamen Erlasse in Vysima? Ich habe davon gehört. Sie tragen des Königs Siegel, doch manche argwöhnen Schwindel. Erzählt mir mehr. Wie Thaler sagte, Volltest hat diese Erlasse nicht unterzeichnet. Ich kenne seine Unterschrift. Ihr kennt Thaler? Gewiss. Ich wäre ein Narr, würde ich den Geheimdienstchef Temeriens nicht kennen. Also hat Volltest das Kriegsrecht nicht verhängt? Nein. Ich denke, ich sollte ihn informieren. Ach, echt, Geralt, Blitzmerker. Ach ja, und wir waren auch noch unten, weil wir Siegfried rekrutieren wollten, genau. Dass der uns hilft. Wer ist Philippa? Eine der prominentesten Bürgerinnen Redaniens. Sie hat die halbe Elite Redaniens bestochen, betört oder eingeschüchtert. Sie gehört auch der Zauberinnenloge an, so wie eure Triss. Die nehmen keine Zauberer auf? Nein. Jede dieser Frauen glaubt, sie dürfe über das Schicksal der Welt bestimmen. Und manchmal tun sie das auch. Wenn ihr das sagt? Man sollte Zauberinnen nicht schmähen. Wunderschön, weise, hilfreich. So geben sie sich jedenfalls. Eines Tages werde ich sie in ihre Schranken weisen. Obwohl sie in ihrer Gunst stand, verriet Triss einst ihre Freundinnen. Ach. Ich vertraue, Triss. Denkt an meine Worte. Wie gesagt, sie ist bisher nur professionell angepisst. Wir steigern das mal nicht. In welcher Beziehung steht ihr zu Adda? Ich hatte gehofft, ich könnte sie überreden, den König Redaniens zu ehelichen, wovon beide Königreiche profitieren würden. Mit Volltests Hilfe könnte unser König sich endlich von all den Parasiten, die ihn umgeben, befreien. Im Gegenzug könnte Redanien Temerien gegen die Scoia-Tel beistehen. Die Vorteile für den Handel brauche ich nicht, es zu erwähnen. Die Vereinten Königreiche könnten der wachsenden Macht der Ritterorden und der Zünfte trotzen. Und obendrein... Genug. Ihr habt mich überzeugt, aber ich bin nicht Adda. Und ihr Hexer? Wie denkt ihr über Volltests Tochter? Was wollt ihr wissen? Ihr seid ein Experte für Ungeheuer. Ihr habt den Striegenbann gebrochen. Stimmt. Hm. Kann sie Kinder bekommen? Ja. Warum nicht? Gesunde Menschenkinder? Ich denke, ja. Aber einer der Wissenden sollte sie untersuchen. Habt Dank. Ich hoffe, dieses Gespräch bleibt unter uns. Und pfuscht bitte nicht in Redaniens Thronfolgeplänen herum. Ich pfusche generell nicht herum. Also habt ihr nichts zu befürchten, Eure Majestät. Wie habt ihr das herausbekommen? Die Art, wie euch eure Leute ansehen. Wie ihr von Redanien und Adda sprecht. Und dann euer Ring. Falls ihr je nach Redanien kommt, besucht den königlichen Hof. Lebt wohl. Lebt wohl, König. Hm. Okay. Das war weniger Salamandra als erwartet. Vielleicht hab ich auch einfach nur im Dialog nicht aufgepasst. Erst. Der König ist ein bisschen karg eingerichtet. Also von wegen. Der hat sich auf dem engen Raum gemütlich gemacht. Aber Vorräte sind hier ziemlich wenige. Okay. Aber jetzt weiß ich auch, warum ich rausgekommen bin mit den beiden verstecken. Weil eigentlich warten wir auch noch mit Leuwarden, das mit dem Salamandra. So, das heißt, das nächste. Ähm. Das hier. Ich warte auf seinen nächsten Zug. Hm. Questmark hab ich keinen, oder? Nö. Ich kann auch mal kurz bei Leuwarden reinschauen. Ich will nicht nass wie eine Ente werden. Vielleicht muss ich einfach nur wieder ein bisschen warten, bis ich zu Leuwarden kann. Ich weiß nicht, ich versuch's einfach mal, weil schadet ja nicht. Wenn ich den falschen Weg gehe, allerdings schon. An sich, wenn da grad nix los ist. Ich könnte, äh, nochmal ein bisschen Friedhof grinden. Vielleicht spawnen ich's ja wieder neu. Egal, war ja. So, bin ich jetzt richtig? Ja. Ja, wie gesagt, nächstes Ziel ist 600 Gold, damit wir uns das Meteoritenschwert, äh, schmieden können. Also, 600 Gold und ein freier Inventarplatz. Damit wir auch Platz für die Meteoriten haben. Ja, das kommt davon, wenn man im Regen steht. Also, im Ernst. Was Besseres fällt hier nicht ein. Mitten im Regen stehen, mein Kopf ist nass. Ja, echt, meinst du? Wie hat denn jetzt auch das passieren können? Der V-Scan hat übrigens den gleichen Synchrosprecher wie Thala. Was nichts heißt, denn genau wie Skyrim hat dieses Spiel drei Synchrosprecher. Ich mein, Synchrosprecher werden, wie, wie werden die, werden die pro Laien bezahlt? Oder wie werden die bezahlt? Ja? Darf ich euch etwas fragen? Gewiss. Ich sehe hier viele, wenn ich... Lebe. Okay, den Satz können wir schon. Dann, äh, ja, wie viel Garweier brauche ich noch? Wieso habe ich nur einen Garweier-Knochen? Ist echt nur ein Garweier aufgetaucht? Habe ich noch irgendwas anderes zu tun? Ich könnte noch mal mit Triss reden. Ansonsten... Ach, hi. Sagst du was Neues? Geralt! Bis bald. Sieht nicht so aus. Okay, dann jetzt noch kurz Triss... Äh, anquatschen. Und wenn die auch nichts sagt... Dann meditiere ich bei Triss. Schaue, ob ich ein paar Tränke machen kann. Wahrscheinlich... Kann ich wahrscheinlich nicht, weil ich letztens erst geguckt habe. Aber ich versuche es trotzdem nochmal. Weil ich will hier eher meditieren, damit ich Zeit rumbringe. Weil ich meine, irgendwas muss ja als nächstes passieren. Bin ich hier noch richtig? Ja, bin ich. Überleg mal diese alten RPGs, wo du keinen Quest-Marker hattest. Wenn ich nicht Dudlets playen würde und dann halt... Jeden Sonntag... Wieder neu aufnehmen, dann würde ich überhaupt nicht durchblicken, wo ich schon gewesen bin und was ich mache. Oder diese alten Dungeon-Crawler. Das ist ja schon verfranst, wenn du einfach nur normal gespielt hast und nicht den Orientierungssinn von... Was hat denn schlechten Orientierungssinn? Ach, und Triss ist sonst wo. Okay. War die ein Neunara-Account und ich habe sie nicht gesehen? Das waren die einzigen beiden Punkte, wo wir Triss bisher getroffen haben, oder? Also in Visima. In ihrem Haus und in Neunara-Account. Und die wird ja auch... Und die... Äh, läuft ja auch nicht hin und her. Die teleportiert sich ja. Oder die war bis eben zu Hause und ist während ich... Äh... Zu ihrem Haus gelaufen bin, in Neunara-Account gespawnt. Das könnte auch sein. Verdammtes Wetter. Okay, schauen wir noch mal kurz. Sollen wir zum Friedhof gehen. Ich poliere euch die Füße! Da hockt nur Taler. Sagt er was Neues vielleicht? Jetzt, wo ich den König getroffen hab? Probleme, Hexer? Ja. Leider verbietet ihr Wollt, dass es geht. Bleibt stehen! Never mind. Wenn sie es allerdings auch nicht hier oben ist, dann würde ich mich fragen, wo zur Hölle Triss ist. Ne, ist nicht da. The fuck, wo ist die? Da ist irgendwie was Interessantes drin? Schinkenbrot und... Davon hab ich schon 10. Ach, ich hab so viel Alt dabei. Ich hab den mal gehortet, weil ich dachte, ich brauch... Ich... Vor allem das Bier. Ich mein, die teuren Weine kann ich ja verschenken, aber... Von dem Bier könnte ich eigentlich mal das meiste wegschmeißen. Ich kann eins behalten, falls ich wieder saufen muss. Okay, Friedhof. Der war doch hier irgendwo. Hier. Da gehen wir lieber durch den Wachtturm durch. Vor allem, wenn Triss nicht da ist, wenn ich auch nicht bei ihr meditiere, ne? Das ist ja auch der Punkt noch. Von den Verträgen abgesehen, hab ich auch keine Quest mehr, die ich grad aktiv verfolgen kann, ne? Ja, genau. Die kann ich auch nicht mehr grad verfolgen. Vertrag, 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 Vertrag. Mit Solte haben ich schon 10 Mal geredet, aber das passierte nichts. Was ist bloß die Sache mit dem Zahnarzt? Faustkampf haben wir schon. Wir brauchen jetzt mal wieder ein neues... Warte mal. Ähm. Gablotta. War Gablotta der im Tempelbezirk oder in Neunaracord? Moment. Das wäre ja die Krönung, wenn ich schon den nächsten Faustkampfschritt schon vor der Nase bin und ihn einfach ignoriert hab. Vertried? War in dem Vorort, oder? Ihr kämpft wie ein Mädchen. Kämpft ihr oder seht ihr zu? Ne, doch, Gablotta. Okay. Wer war denn dann der in der Taverne unten im Tempelbezirk? Oder war da Fettfried? Ne, Fettfried war in dem Vorort, oder? Was ist das denn? Ich bin verwirrt. Mal wieder. Das ist auch nur der Vertrag, oder? Sonst sagst du auch nichts mehr. Es gibt nicht allzu viel Arbeit. Verdammt richtig. Ohne die Würfel würde ich vor Langeweile sterben. Ich spiele gern. Lust auf ein Spiel? Ihr würdet verlieren. Nichts für ungut, aber ihr seid besser mit dem Schwert. Übt noch ein wenig. Ah, das ist hier der nächste Quest-Schritt, dass ich mich im Würfelpokern hochlevele, damit ich gegen den Fettsack antreten kann. Graf de Wett, aber es. Was gibt's, Hexer? Wer genau seid ihr? Ich bin ein Graf. Wenn ihr den Namen de Wett noch nie gehört habt, müsst ihr ein Einfallspinsel sein. Interessiert euch außer Politik noch etwas? Eine impertinente Frage. Aber ich werde antworten. Ich spiele gern Poker. Als geistige Übung. Ich kenne dieses Spiel. Spiel? Pfui. Bleibt bei Schwert, Wein und Frauen, Hexer. Ihr seid eindeutig geistig zu träge für Poker. Ich nehme mal an, der meint Würfelpoker. Okay, wir haben noch einen Gegner gefunden, gegen den ich nicht antreten werde. So, äh, Friedhof. Ne, Tempelbezirk. Da unten. Sollen wir die Folge zumindest irgendwas geschissen kriegen? Außer dem Dialog noch. Warte. Hier? Ne, das ist eine Tür. Da. Wieso hat das eben... Egal. Friedhof. Äh, wir sind da. So, nächstes ist er nur... Das ist er fast nie gar, weil er spawnt. Sondern nur Gule und Aal-Gule. Und im schlimmsten Fall gar nichts mehr, weil ich ihn schon leergeräumt habe. Nein, er vibriert wieder. Okay. Oh. Das ging fix. Oh, warte. So, jetzt müsst ihr eingeschert sein. Und jetzt... Yo. Ah, das ist nur ein Ghoul. Okay. Das war ein bisschen Overkill. Okay, ja. Der Schadenszuwachs mit dem Igni-Zeichen, der... Der ist vorhanden. Das ist noch ein Ghoul. Und das ist noch ein Ghoul. Äh, gut. Ich glaube, bis ich hier jetzt über einen Friedhof renne und noch einen nächsten Garweier finde, geht eine Menge Wasserneggar runter. Ich glaube, das hat jetzt... Oh, Garweier. Oder wir machen mal so. Das Igni-Zeichen macht ja trotzdem Schaden. Oh, ein Flatterer. Hätten das einfach nur Pech gehabt mit den Garweiern? Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass da mehr als ein Garweier gespawnt ist. Und ich hab die auch gelootet. Fuck. Also du hast doch schon mal, dass ich gedacht hätte... Ah, ich hab doch schon mal ein paar Garweier erledigt. Und dann hatte ich auch nur einen Knochen dabei. Oder hab ich die bei der Alchemie verbraten, ohne es zu merken? Das wäre mal ein übels GG. Ich bin mir verdammt sicher, dass beim letzten Friedhofs-Raid drei Garweier aufgetaucht sind. Ja, wahrscheinlich hab ich bei der Alchemie gepennt und dann die Knochen verheizt. Weil ich einfach nur auf Brain AFK die Tränke drückt geklickt hab. Ja, so muss es gewesen sein. Wenn es jemand gemerkt hat, kann es gerne in die Kommentare schreiben. Wenn nicht, ist auch egal, weil jetzt ist es schon zu spät. Und dann... Ja, würde ich... Was soll ich denn mit den Ghoulen? Ich brauch Garweier. Ja, würde ich sagen, dass ich mal... Ah, Garweier. Komm her. Damit haben wir jetzt schon vier, oder? Ja. Und sechs Knochen brauch ich. Oder? Ähm... Fünf. Nur? Ja, okay. Einen Garweier finden wir jetzt aber noch. Sag ich jetzt noch. Ja, da ist er. Ha. Habe ich letztes Mal wohl einfach Pech gehabt. Ja, ist gut. Steck bitte nicht dein Schwert weg auf dem Friedhof, Gerald. Boom. Scheint nicht wirklich einen Effekt zu haben, das Iggy-Zeichen aufzuladen. Ist nicht mal eingeäschert gewesen dieses Mal. Was wollt ihr denn, Leute? Wenn ich jetzt aber ein Menti-Uriten-Schwert habe, könnt ihr gar nichts mehr gegen mich machen. Das sag ich euch gleich schon mal. So. Das, äh... Hm. Ging fix. Dann zurück zu... Wie hieß er? Dem Hauptmann. Na, wie hieß der? Wählerrad? Was, Wählerrad? Ich bin nicht gut mit Namen. Merkt man vielleicht. Okay, haben wir den auch abgeschlossen. Das ist das Einzige, was mir jetzt noch einfällt, was wir machen könnten. Wäre halt wirklich warten. Also meditieren für, ich sag mal, 24 Stunden. Und dann schauen, ob irgendwer was Neues sagt. Dann ist Triss vielleicht auch wieder da. Wo ist jetzt der beste Punkt zu meditieren eigentlich, wenn Triss grad nicht da ist? Der mickrige sollte... Unglaublich. So. Ich bin... Böcher. Der mit den Graweierknochen. Ich bezahle, wenn ihr fünf habt. Hier. Euer Gold. Okay, haben wir mal alle Verträge bei dem abgeschlossen. Oh, sogar 200. Ich mein, ich könnte jetzt in den Tempelbezirk rennen. Oder ich... Ich mein, komm, 5 Uhr rennt's. Nein! Die machen den Kohl jetzt auch nicht fett. Warte, 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 warte. Die haben echt immer noch nicht genug. Ich hätte gern einen Happen. Ja, dann geh rein und kauf dir was. Du bist buchstäblich vor einer Taverne. Zugegeben, einer etwas gehoben war in Taverne. Vielleicht kann er sie sich nicht leisten. Aber ich mein, irgendwo in Visima findet er wohl schon... Würde man ja wohl schon was finden können. Ihr könnt wie ein Mädchen! Willkzeit kann ich... Ähm... Erzählt mir, der ich sein will. Meint ich nicht. Vergebt mir. Das wollte ich nicht anklicken. Was für ein Vertrag war mit dem? Wegen welcher Anzeige? Ihr kämpft wie ein Mädchen! Ihr seid andere. Bla bla. Ein seid kann ich. So. Ich bin wegen der Anzeige hier. Ja, das Wüvern. Ach so, das war der Hampelmann. Ich komme. Ein seid kann ich. So, dann... Ich brauche ja. Was? Nicht mal am Lagerfeuer? Ach komm. So, dann bitte... Einmal für 24 Stunden. Level Up habe ich, glaube ich, keines gehabt. Ne. Alchemie. Ich kann echt gar nichts machen. Holy cow. Ich habe so viele Zutaten, aber nichts, was ich brauchen kann. Einmal für ein bisschen. Hmm. Nur Klingenüberzüge. Besser Aid졌ając. Grundstoffe benötigt. Whatever. Bleib still! Mich juckt es, jemanden zu schlagen. So, dann mal gucken. Ob der Herr Leuwarden was Neues sagt. Wollen wir warten? Ja? Ne. Lebe. Und das ist auch nicht hier oben, oder? Ne. Ha. Okay, keine Ahnung, was ich mache. Zu Shani könnte ich. Das ist das Einzige, was mir noch einfällt. Was wir noch nicht gemacht haben, seit wir die Quest abgeschlossen haben. Keine Herausforderung. Ich meine, wir hatten jetzt den Junggesellenabschied, nenne ich es mal. Und wir hatten danach noch die Quest. Ja. Okay, ja doch, dann gehen wir noch kurz zu Shani und killen die Kikimora. Ups, zu schnell. Ja, gehen wir noch kurz zu Shani und schauen, ob die inzwischen was sagt. Weil ihre Quest war ja eigentlich, dass wir, nachdem wir, äh, uns mit Triss verscherzt haben, wieder zu ihr kommen. Das haben wir gemacht und sie hat daraufhin nichts gesagt. Also ja, mal gucken, ob's jetzt anders ist. Zum Glück wohnt die ja direkt neben Kalkstein. Also, sie müssen nicht einmal quer durch ganz Visie mal latschen. Ach, sie ist auch wieder da, Triss. Okay. Sprecht, und dann geht mir aus den Augen. Hört zu. Ich habe Verbündete gefunden. Schön. Reichzeitig für unser Treffen mit Leuwarden. Lasst uns alles Weitere mit ihm besprechen. Einverstanden. Geralt, ihr sollt wissen, dass wir ein paar mächtige Leute erzürnt haben. Dieses Treffen könnte vieles ändern. Was meint ihr damit? Regelt, was ihr in Vizima noch zu regeln habt. Und bereitet euch vor. Hinterher könnte es zu spät sein. Na gut. Ich schaue später vorbei. Gut, dann sind wir jetzt wohl in Vizima fertig. Ein Grund mehr, nochmal zu Shani zu gehen. Ich darf aber anmerken, kurz, dass wir die ganze Zeit nur rumgeeiert sind, nur weil die beim ersten Mal nicht gespawnt ist. Schönen Dank auch, Triss. Aber dafür fange ich jetzt keinen neuen Part an. Noch kurz zu Shani. Wenn die nichts sagt, muss ich niesen. Alter, das ist ein Kleiderschrank, das ist nicht die Haustür. Äh, da. Vor allem die Weine sind ja auch, was mir gerade wieder eingefallen ist, die Weine sind ja auch Grundstoff für Alchemie. Aber mit Bier kann ich überhaupt nichts anfangen. Außer halt mich zuzusaufen. Ich würde mal sagen, beim nächsten Mal, wo ich einen Inventarplatz brauche, esse ich den Käse. Und beim zweiten Mal entsorge ich alles Bier außer den beiden Zehnerstapeln, die ich habe. 20 Mal ist Bier sind, glaube ich, genug. Du liegst falschrum auf deinem Bett, Shani. Psst, Alvin schläft. Und den brauche ich hier nicht zwei. Ist der einzige Anhaltspunkt, den ich habe. Geralt, der ist ja wunderschön. Das ist nichts im Vergleich zu euch. Er ist wunderbar, aber ich kann ihn nicht annehmen. Geralt, ich mache mir Sorgen um Alvin. Ich hatte gehofft, ihr könntet etwas Zeit mit ihm verbringen. Der Junge ist aufsässig, braucht einen Vater. Könnt ihr mit ihm reden? Natürlich. Okay. Dann machen wir im nächsten Parton noch kurz was anderes. Bis dann sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.